Warum hasst Präsident Recep Tayyip Erdogan den Vorsitzenden der Republikanischen Volkspartei Kamal Kilit Stahoglu? Nach den neuesten Nachrichten, die wir von den engsten Männern von Präsident Recep Tayyip Erdogan als Verantwortlicher im Kalifatspalast erhalten haben, erfuhren wir, dass der Hass des Präsidenten auf Kamal Kilit Stahoglu persönliche Dimensionen hat. Einer der Schwager von Präsident Recep Tayyip Erdogan, der darum bat, nicht genannt zu werden, und einer seiner drei engsten Schwager ist, hat uns bei unserem geheimen Treffen genau gesagt, warum der Präsident Kamal Kilit Stahoglu hast. Er sagte, es gibt verschiedene Gerüchte über den Tod von Ahmed Erdogan, Vater unseres geliebten und bewunderten Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, der geniale Meister und der islamische Heilige Allerheiligen des letzten Jahrtausends. Das bekannteste Gerücht ist, es ist auch in unserem Dorf so bekannt, dass Ahmed Erdogan wegen eines Konzertflügels der auf ihn viel starb als er auf der Straße ging. Zuerst, sagte er, wir könnten die Situation überwinden, indem wir einige arabische Gebete rezitieren und sagen, möge Allah jedem einen so schnellen Tod gewähren. Jedoch, der wahre Todesweg von Ahmed Erdogan ist ein völlig anderer. Weißt du, der Große der Großen, Recep Tayyip Erdogan, der mich sowieso aus Respekt-Schwager und sogar älteren Bruder nennt, bevor Tayyip der Herr dieses Landes wurde, es gab Warteschlangen an Geldautomaten im Land und Menschen starben an diesen Warteschlangen, weil der Automat nicht zahlte. Das erste Opfer von diesen Todesfällen an Geldautomaten war Ahmed Erdogan, der Vater von Präsident Recep Tayyip Erdogan. Der erste Geldautomat des Landes wurde in Kassem Pasha von Kamal Kilitschda-Uglu aufgestellt. Ahmed Erdogan war der Erste, der dort starb, und es ist klar, dass Kamal Kilitschda dies mit Absicht und Intrigen etwas getan hatte, das mit dem Ende von Ahmed Erdogan zusammenhängt. Außerdem während des Totengebetes, wann immer wir uns niederwerfen, hat er uns lachend mit 100 Gendarmen um ihn in den Hintern getreten. Wir konnten nichts tun, weil das Beten 1988 verboten war und wenn wir uns über den Mann beschwert hätten, wären wir schuldig gewesen. Mit anderen Worten, Hass gegen Kamal Kilitschda-Fehler-Treuehelden wie Recep Tayyip Erdogan, Abraham Melich Götzscheck, Zuleman Zeuglu und Buhlend Arendsch ist nicht unbegründet. Wir sind die Kläger dieser irreligiösen Schlange. Genügend, 80 Jahre lang hatten sie uns Klaviere an den Kopf geworfen, uns in den Schlangen der Geldautomaten ruiniert. Auch ich habe meine Mutter an einer Margarineschlange verloren. In ihrer Autopsie war als Todesursache Fettversagen angegeben worden. Dann löschte Kamal Kilitschda-Uglu den Text und schrieb eine Notiz um, in der stand, dass sie an zu viel Fleisch und türkischem Entzücken gestorben sei. Und als wäre es das nicht genug. Er aß Brot, in das er etwas Margarine tat, und sah mir dabei in die Augen. Das ist unsere Sache, das ist unser Hass. Lass unser Blut trocknen, wenn wir es vergessen. Nieder mit der Mentalität der Republikanischen Volkspartei. Nachdem der Schwager von Präsident Rezip Tayyip Erdogan seine Rede beendet hatte, stand er schnell auf und verließ den Ort, an dem wir uns heimlich trafen, weinend in Richtung des Palastes rennend und aus dem Blickfeld verschwindend.